Hallo, ich bin Tiffy, freut mich. Hoi Tiffy, schön bist du hier. Wer verkörperst du genau? Ich bin V aus Cyberpunk. Ein sehr neues Spiel, bist du schon gehypt auf das? Absolut, das ist nur dein Cosplay. Nein, absolut, absolut. Ich hoffe, ich bekomme Tickets für morgen für das Screening. Also bist du in diesem Fall auch eine Gamerin? Absolut. Und ausser Cyberpunk sonst, was ist sonst schon in deiner Box drin? Ich glaube, ich kann es nicht aufzählen. Wir spielen momentan öfter, sagen wir es mal so, Mario Party, League of Legends, WoW, Classic. Ich habe leider angefangen, ich weiss. Diablo bin ich wieder dran. Und Pagan Online, seit der Gamescom. Also sehr vielseitig in diesem Fall. Absolut, ja. Und was war dein heutiges Highlight der Messe? Unser Stand vom Cosplay Atelier und der Cyberpunk-Fotobooth natürlich. Genau. Und die Leute. Immer wieder Leute lernen zu kennen. Oder neue Leute lernen zu kennen. Wow. Leute, die du schon kennst, treffen. Super. Danke vielmals. Kein Problem. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals.